Hi Freunde, wir sind wieder unterwegs heute. Es ist schon ein langer Tag. Wir haben heute viel geübt. Wir haben den Tag genutzt. Ein wunderbarer Tag heute auf der Treibendance mit der Julia. Wir haben viele Bälle geschlagen, sie ist schon ein bisschen genervt heute. Aber wir haben gesagt, wir spielen jetzt schon rüber hinten. Einer ist auf die Runde. Einer ist auf die Runde. Ich filme immer ihre Schläge. Das wollen wir ja ständig machen, als Kontrolle oder zum Überwachen. Da haben wir immer wieder schaut, wird der Schwung besser oder eher schlechter. In welche Richtung geht es. Merkt sie mittlerweile ein bisschen, was ich immer sage. Pass auf, acht darauf, nicht von außen zu kommen. Wir haben jetzt schon unterwegs so super Abschehe gehabt. Alle waren nicht ganz gut. Ich weiß immer wieder darauf hin. Sie ist schon ein bisschen genervt. Wir haben jetzt da und probieren das. Ich weiß noch, wie gesagt, wieder als Checkup, wenn es so will, wie ist dein Schwung geworden, deine Fäller. Und eben machen wir immer so Aufnahmen, um das dann wieder zum korrigieren und zum checken. Julia schlagt jetzt mal einen Ball an und wir schauen uns das dann noch an. Das bringt nichts, Papa. Bleib da jetzt, dein Mann mal noch mal entschlagen. Bleib da! so! ... ... ... ... Vielen Dank.